so da bin ich wieder zu einer neuen episode super mario 64 ich gehe kurz davor kleiner 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 irgendwas stürzt du immer wieder ab was ist das für ein scheiß mann doch unfair immer stürzt du immer wieder ab was ist das was für ein problem bin ich immer zu schnell oder was kann doch nicht wahr sein so jetzt aber jetzt bleibt da oben du sollst oben bleiben du sollst oben bleiben habe ich dir gesagt kleiner irgendetwas an so ich will nicht gucken hallo das kann doch nicht wahr sein so was wieso zum teufel komme ich nicht darüber ich bin jetzt vorsichtig rüber gegangen es ist doch unfair immer mal gespannt wenn ich mal irgendwann mal die story of turma spielen würde das bestimmt auch ein paar levels geben was ein bisschen nicht gerade unfair ist so schauen wir mal nicht richtig und oben sind jetzt die der gegner okay hab's kapiert ein bisschen Ja. Du Tennis! Arsch! Aber ich kann den Stern behalten. Weil ich gerade von den 100er Münzen bekommen habe. Sackgesicht! Ach weißt du was, ich mache es jetzt auf die schnellste Art. Ich hole jetzt den Panzer, dann hat sich das. Mann ey, so eine unfaire Scheiße. Aber ich kann mir nichts besser für... als... Nein! Leck mich doch am Arsch! So eine Scheiße! Da brauche ich wenigstens noch die 100... Da brauche ich wenigstens... äh... dieses Ding zu sammeln. Oh scheiße, nochmal so machen ey, so eine Kacke! Och du Vollspastarsch! Eigentlich bist du auch ein Vollpfosten ey, wenn du nicht oben bleiben möchtest. Wie unfair! Boah! So eine Kacke! Scheikai! Geh mal einfach aus dem Weg! Geh mal einfach aus dem Weg! Blöden! So, jetzt oben bleiben! So ist brav! Wie soll ich da hochkommen? 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 Puh, das ist doch eine Scheiße! du hörst! Bitte! Hihi! Ahhhhhhh! Ja, ich muss da hochkommen! Du bist ja auch schon... Wir versuchen das nochmal! Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Guck doch mal die Scheiße mal an! Wie soll ich verdammt noch einmal da hochkommen, ey? Das ist jetzt beschiss. Mein letztes Leben. Gerade vorhin war es so schön gewesen, aber jetzt auf einmal kommt diese Kacke, ey. Wie soll ich da hochkommen? So eine eingebildete Scheiße. Ja, fick dich. So eine Musik. So eine heiße Musik. Boah, 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 boah. Boah, boah, boah. Boah, 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 boah. Nein, das ist auch nichts. Das hat auch nichts genutzt. Ja, Level ist jetzt sowieso schon scheiße. Ich bin mal gespannt, wie Levels nachher aussehen würden. Ein paar Part später. Bestimmt noch bekloppter als letztes vorhin. Okay, jetzt mal ganz ruhig. Guck dir mal diese Scheiße an. Boah, Alter, habt ihr das gerade gesprungen? Ey, ihr wollt nicht springen, der Sack. Hätte ich mich jetzt gerade vorhin übelst geärgert. Wenn der nicht gesprungen wäre. Ey, guck dir das mal an! Boah, das ist eine Gemeinheit. Ey, das ist jetzt eine bodenlose Frechheit. Ohne Mist. Mann, ey. Das ist jetzt aber wirklich eine Frechheit, ey. Das ist doch nicht so ernst, ne? Uh oh. Ein geiles Foto. Nein. Dann mal mit dem Panzer komm ich schnell wieder hoch. Meine Fresse. Ey, der bremst wie ein ICE. Nochmal. Und der Zug ist reingefahren. In die Katastrophe. Warte mal Sekunde. Oh, warte mal. Ich hab da eine Idee. Ich spiel das gut aus. Mit Wandsprung? Mario, sei doch nicht einfach so ein... Sei doch nicht einfach so ein Doofi. Mhm. Jetzt von da aus wir rüberspringen. Okay. So weit, so gut. Ihr hört es. Ich drück die Sprungtaste. Ihr reagiert nicht. Das kotzt mich jetzt schon an. Das kotzt mich jetzt schon übelst an. Oh ne. Wo ich bei einer Game Over gegangen bin. Wo ich bei einer Game Over gegangen bin. Okay. Und noch eins. Mein Fuß tritt nach hinten. Das ist schon krass. Okay, nächster Versuch Ich kann ja nicht Game Over gehen, weil ich Continues habe Bis der Arzt kommt Äh, warte mal Kann ich wieder versuchen, mich oben festzuhalten Mario, mach doch mal jetzt meinen Wandsprung Verdammt nochmal Eifiger Klempner Ja, warte mal Mach keinen Hechtsprung So Leute, ich mach jetzt den nächsten Cut Und beim nächsten Video geht es dann weiter Wenn es wieder heißt Super Mario 64 Hoffentlich habt ihr ein bisschen Spaß gehabt Hoffentlich hat euch das Video gefallen Ich bin auf eure Kommentare, auf eure Likes gespannt Schickt mir den Kanal ein Abo Das würde mich freuen und bis zum nächsten Mal Tschö